Hallo zusammen, ich bin der Tim. Man kennt mich auch unter Holzfäller Tim, Schneider Tim, der keinen Bart mehr hat. Ich möchte euch heute was zum Thema Sound, Sounddesign, Geräusche machen erzählen. Ich habe seit sehr, sehr langer Zeit, seit den 80er Jahren so ein Ding mit Sound. Ich habe damals schon angefangen, Kassetten auseinanderzuschneiden, Kassettentapes und aneinanderzukleben. In den 90ern habe ich dann angefangen, TKKG-Hörspiele auf dem Computer oder auf Kassetten auseinanderzunehmen und zu neuen Dialogen zusammenzuschneiden. Und jetzt in den letzten Jahren sind sehr viele Produktionen von Hörspielen im Podcasting-Bereich dazugekommen. Zum Beispiel die Geschichtenkapsel, da gab es einige große Produktionen oder auch der ganze Schnitt- und Sounddesign von Puerto Partida war dabei. Und wie gesagt, heute geht es um Geräusche. Und deswegen gibt es heute auch keine Folien. Das ist ein Vortrag, der rein nur akustisch stattfindet. Also ihr könnt mich sehen, aber da wird nichts gezeigt, es werden nur Geräusche abgespielt. Ich möchte gerne anfangen, bevor ich da so in Theorie und so weiter einsteige, mit einem kleinen Soundquiz. Und zwar spiele ich euch jetzt ein paar Geräusche vor, vier Geräusche. Und ihr müsst herausfinden, erstens, was soll das Geräusch darstellen? Und zweitens, wie wird das Geräusch gemacht? Also, ich fange mal an mit dem ersten Geräusch. Müsst ihr euch ein bisschen leiser noch vorstellen. Da läuft hier dann den Schnee, ganz genau. Hier haben wir eine Ahnung, wie man das macht. Bitte, was kneten. Luftballon. Ja, also es ist, man nimmt einen Stoffsack und füllt darin Maisstärke. Und knetet den so. Also da muss ein bisschen Luft rein sein. Es gibt extrem viele Geräusche, die man mit Luftballons auch machen kann. Aber das ist jetzt keines davon. Gut, nächstes Geräusch. Genau, Lagerfeuer. Haben wir eine Ahnung, wie man das macht? Folie. Ja, genau. Drei Geräusche miteinander. Das eine ist eine Zellophanfolie, also so wie von einer Zigarettenverpackung oder Pokémon-Papierchen oder sowas. Das zweite sind, das ist das Grundknistern. Dann das knackende Geräusch, wo so ein Ast oder so platzt. Das sind so Bubble Wrap, das man so dreht. Und das dritte ist, man bläst so ein bisschen über das Mikrofon und dann hört man so das Gas, das irgendwie aus dem Holz rauskommt. Dann, äh, ja. Mhm. Ist natürlich so, heutzutage, also ich meine, das kommt aus der alten Kunst der Geräuschemacherei und da musste man halt, da konnte man schlechter Band abspielen und da musste man dann eben live, da gab es Geräuschemacher, die standen dann neben den Schauspielern im Radiostudio und die mussten dann diese Geräusche dort vormachen. Mittlerweile kommen solche Geräusche typischerweise vom Band, aber es ist halt trotzdem noch so ein Handwerk, das man immer noch so machen kann. Hände? Ja. Äh, nein, erwähne ich nicht, aber das, also das kann ich nachher nochmal sagen, da passt woanders noch rein. Genau, Creative Commons, glaube ich, ja, genau. Dann, äh, vielleicht ein Geräusch, das ihr aus einer Fernsehserie kennt, was ist das hier? Mhm, da sehen wir aus welcher Serie. So. Star Trek, genau, ist die erste, die erste Star Trek, ähm, das ist die Original Series. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch, aber wisst ihr, da ist nichts rückwärts abgespielt, nein. Ähm, also es soll eine Tür darstellen, ja. Wisst ihr, wie es gemacht ist? Das ist ein Blatt Papier, das so über den Tisch gefahren wird, mit einem sehr nahen Mikrofon dran und ein Schuh, der quietscht auf einer Oberfläche. Mach das nochmal. Also es ist, ja, und dann gibt es auch noch so ein bisschen geisterhafte Geräusche, wie das hier. Nein, das ist ein vollakustisches, äh, Instrument. Bisher habt ihr das auch schon mal gehört, irgendwo? Hm? Könnte sein, dass das, ich hab den, den Begriff kenne ich jetzt nicht, das ist ein Waterphone. Das könnte, das könnte was ähnliches sein. Das wäre ein bisschen höher, ich glaube, ähm, also so ein Waterphone, das ist eigentlich in der Zusammenstellung aus verschiedenen Instrumenten, da sind so Stäbe, die sind dran geschweißt, das ist alles aus Metall und man streicht da mit so einem Bogen drüber. Und das hört man zum Beispiel im Intro von The Matrix oder, oder auch in verschiedenen Horrorfilmen hört man das immer wieder. Ich hab mir überlegt, was bringe ich euch mit und anstatt, dass ich hier euch irgendwas zusammenschneide, wie, wie so Geräusche dann halt im Praktischen zusammenstellen, ähm, hab ich mir überlegt, vielleicht bringe ich euch lieber so die Erkenntnisse mit, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, indem ich Geräusche zusammengeschnitten oder selbst aufgenommen habe. Ähm, gleich Grund und das sind so ein paar, halt so ein paar Einsichten, die ich euch mitgebracht habe. Die erste Einsicht für mich ist, Geräusch ist nicht gleich Geräusch. Es gibt verschiedene Kategorien von Geräuschen. Ähm, so drei, drei Hauptarten unterscheidet man. Das erste, die ersten sind die sogenannten Action Sounds. Das sind Geräusche, die wendet man dort an, wo das Geräusch eine Handlung oder ein Ereignis symbolisieren soll. Also beispielsweise eine Tür, die sich öffnet oder ein bisschen dramatischer, irgendwas das explodiert oder vielleicht mehr so aus dem Humoristischen, irgendwas das halt davon huscht oder so. Typisch was in Cartoons. Und das ist so eine Slide Whistle. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. So eine Pfeife, die man rauszieht. Genau. Das, äh, die zweite Art von Geräuschen, das sind Foley's. Das ist benannt nach Jack Foley. Das ist ein berühmter Geräuschemacher aus den 30ern und 40ern und der hat zwar viele andere Geräusche auch gemacht, aber Foley sind die Geräusche, die man nicht aktiv wirklich hört oder denen man zuhört. Die symbolisieren auch nicht direkt was, sondern die unterstützen die Gesamtatmosphäre in einer Szene. Und die müsste man nicht unbedingt dazu nehmen, aber sie unterstützt halt den Realismus. Zum Beispiel Schritte, bisschen leiser, das hört man fast, also wenn man sich nicht drauf konzentriert, fast nie. Das ist sehr laut. Das Geräusch von Kleidern, die entweder angezogen werden oder die auch einfach irgendwie huschen oder so. Müsst ihr mal drauf achten im Film. Oder halt alles, was mit Besteck oder so zu tun hat, was das hingeworfen wird. Das sind Foley-Geräusche. Und das dritte sind Atmosphären, Atmo oder Ambience. Ähm, da ist es, die sind oft so subtil, dass man sie auch gar nicht unbedingt mitbekommt, wie zum Beispiel ein Raumgeräusch. Hier ist ein bisschen ein Raumgeräusch, das man jetzt hört. Könnt ihr auch erkennen, was das ist. Bahnhof zum Beispiel, ja. Ist das ein kleiner Raum, großer Raum? Groß. Was für Material besteht der? Aha. Ja, also es ist glaube ich hier, ich glaube es soll eine Bibliothek darstellen oder irgendwie eine Lobby oder sowas, aber könnte auch ein Warteraum sein. Warteraum wäre glaube ich nochmal ein bisschen höher. Oder natürlich sowas. Ja, genau. Das ist der Dschungel aus der vierten Staffel von Puerto Partida oder das ist aus Jupiter-Raumstation Sigma-3 in der Geschichtenkapselproduktion. Das ist so der Wissenschaftsraum in einem Raumschiff. Ähm, das ist einerseits so ein tiefes Rumpeln von Triebwerken, also so ein, wie nennt man das nochmal, ähm, hat mir jetzt gerade der Begriff entfallen. Also ein ganz tiefbassiges Geräusch, dann verschiedene, ähm, synthetische Geräusche, die draufliegen und dann verschiedene Piepser und, und, äh, also eigentlich vor allem synthetische Geräusche, die durch Synthesizer gemacht sind. Nicht ganz alles wahrscheinlich, aber vieles, es ist gerade so in Science-Fiction, ist sehr vieles synthetisch. Ähm, ja, vielleicht noch ein Begriff, den ihr vielleicht, wenn ihr mal Geräusche sucht, den ihr, wenn ihr was finden wollt, Stimmengewirr, das nennt man Walla, W-A-L-L-A. Ja, das ist so ein eigenes, das sind Loops, die meistens recht lang sein müssen, denn wenn sie zu kurz sind, dann hört man ziemlich schnell, das wiederholt sich immer wieder. Das kann dann irgendwie Stimmengewirr in einem Theater sein oder in einem Restaurant oder so, aber es sollte nicht zu deutlich sein. Ja, also so viel mal zu, das sind die typischen, ähm, Geräuschkategorien. Daneben gibt's natürlich Filmmusik oder, da gibt's auch verschiedene Arten von, von Spannungsmusik über Rise and Hits und so weiter. Das gehört für mich zwar auch ins Sounddesign, aber nicht so ins Geräuschemachen rein. So, die zweite Einsicht, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, Realismus ist total überbewertet. Geräusche klingen oft nicht so, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Also ein Beispiel ist, was ist das? Ja. Jetzt ist ein realistisches Geräusch und jetzt, ja, und jetzt spiele ich euch mal vor, was es darstellen soll. Und das erste ist tatsächlich eine Flasche, die kaputt geht und das zweite ist eine Schüssel mit irgendwie Scherben, wo mit dem Hammer drauf gehauen wird. Und, ähm, das ist so ein, ein, ein typisches Beispiel für, dass Geräusche klingen oft nicht so, wie, wie, wie sie eigentlich, wie man sie sich vorstellt. Auch Helikoptergeräusche zum Beispiel, die sind viel leiser, als man eigentlich meint. Das ist vor allem die kleineren Helikopter oder, ähm, gibt eine ganze Reihe von anderen. Das andere auch, ähm, das passiert auch in Dialogabmischung, also wenn es darum geht, Hall einzumischen. Wenn man, ich nehme ja eine Dialogsequenz aus einem Hörspiel aus Engel der Verlorenen, ähm, wenn man die, die spielt in einem Treppenhaus. Und, äh, wenn man die wirklich in einem Treppenhaus so abspielen würde, würde die so klingen. Sie bleiben, Sie stehen, Sie machen eine schweren Sehle. Das ist heute noch nicht gut. Praktisch unverständlich. Moment, da ist noch nicht so. Also das wäre jetzt die realistische Variante. Naja. Wenn man es aber abmischt, dass es verständlich wird, dann nimmt man den ganzen Hall ein bisschen zurück und mischt dann viel mehr von einem trockenen Signal rein. Bleiben Sie stehen, Sie machen einen schweren Fehler. Der Hall ist immer noch da. Komm schnell weg von hier. Na, wohin? Hier ist ja alles abgeschlossen. So. Also, es ist viel wichtiger, dass man das Geräusch versteht, dass man die, die Erwartungen des, äh, der, der Hörenden abholt und, äh, und ihm diese Geräusche reinbringt. Außer man möchte halt irgendwie verwirren oder, ähm, oder, oder was Neues reinbringen. Also man soll sich, orientiert euch an der Wirkung. Dann, die dritte Einsicht für mich ist, Glaubwürdigkeit geschieht vor allem sehr leise. Also es geht oft nicht um die großen, lauten Geräusche, sondern um die kleinen, leisen, atmosphärischen oder Foley-Geräusche, die, ähm, die die Szene unterstützen. Man versteht zwar die Handlungen, wenn die, äh, nicht da sind, aber so der Realismus, der entsteht wirklich in diesen kleinen, feinen Details, die man unten dran mischt. Ähm, also es gibt dann, durch, durch diese Geräusche, die man da zutut, entstehen Anhaltspunkte, die man unterbewusst dann wahrnimmt, weil dann entsteht eigentlich so ein Muster im Kopf. Also man kann sich dann relativ schnell vorstellen, wo, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich und was soll das Ganze, ähm, bedeuten? Ich habe ja, ähm, ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, man hört das hier. Das ist nur Text. Seit einer Stunde stehst du bis zum Kinn im See, atmest so flach, dass kein Kräuseln zu sehen ist, rührst dich nicht. Und jetzt hier mal mit Atmung. Seit einer Stunde stehst du bis zum Kinn im See, atmest so flach, dass kein Kräuseln zu sehen ist, rührst dich nicht. Libellen und Mücken schwirren vorüber, die Aufdringlicheren verscheuchst du mit einem Blinzeln, unerwartet ob deine Reglosigkeit. Also es macht sehr viel aus. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist bei euch, aber gerade auch mit Kopfhörern. Genau, das war im Wasser, genau, mit der Kati, die man heute mehrmals hört. Es gibt auch biologische Effekte von Geräuschen, gerade bei Geräuschen, die sehr tief sind, zum Teil sogar unterhalb des hörbaren Bereichs. Also die ganz, ganz tiefe Bässe. Oder auch sehr, sehr hohe Geräusche, dissonante Geräusche, komische Rhythmen, die zum Teil Angst auslösen können oder einfach ein ungutes Gefühl. Und gerade im Horrorbereich ist das sehr weit verbreitet. Ich habe hier mal was zusammengemischt, wo einerseits tiefe und hohe Geräusche drin vorkommen. Sorry, soll ich ein bisschen leiser? Was eigentlich ist, das eine ist so ein metallisches Kratzen, kreischen, das andere ist halt mehr so ein Erdbeben-Geräusch. Stopp das hier mal, sonst wird es zu laut. Ja, also das heißt, man kann eben auch nicht nur unterbewusst, sondern auch wirklich so guttural und man kann die Leute auch mit Geräuschen abholen und damit wirklich Emotionen auch auslösen. Vierte Einsicht, manche Geräusche sind wie Symbole oder wie Emojis. Also man kann Geräusche, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwo ein Symbol seht für ein Telefon, dann sieht das aus wie ein altes Telefon, die man heute eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Aber trotzdem weiß man sofort, was damit gemeint ist. Und so ähnlich ist das mit manchen Geräuschen, nicht mit allen Geräuschen. Also zum Beispiel, was bedeutet dieses Geräusch? Genau. Strom, Elektrizität. Strom hat aber meistens gar kein Geräusch. Also in den meisten Fällen, außer man steht halt irgendwie vor einem Lichtbogen und ein bisschen Tetraspule ist glaube ich auch noch drin irgendwo. Und das zweite Projektor, genau. Bedeutet, irgendwas Altes wird abgespielt, irgendwas Historisches oder so. Oder Agent Weber ist schon wieder verloren gegangen. Und der Einsatz von solchen Emoji-Geräuschen oder von solchen Geräuschen schafft Abkürzungen. Und das hilft den Hörenden sehr schnell, sich reinzufinden und zu verstehen, was da damit gemeint ist. Das kann helfen, aber es kann auch sehr schnell klischeehaft wirken. Also kann zum Beispiel eben, wenn man die traurige Posaune, die ist so verbraucht, das kann man eigentlich nur noch ironisch einsetzen. Ja, das ist eine Posaune. Wie kommt man zu Geräuschen? Fünfte Einsicht. Fangst ein, baust selbst oder besorgst dir. Es gibt also so drei typische Quellen. Man kann sie selbst aufnehmen, die Geräusche. Das ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv, das ist sehr anstrengend, das kann sehr peinlich sein. Aber vielleicht sogar gefährlich, aber auch sehr befriedigend. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich meistens ein Aufnahmegerät dabei. Manchmal höre ich dann so ein bisschen, wie man auch beim Fotografieren rumschaut, kriege ich irgendwo ein Motiv, das ich einfangen kann. Und finde dabei ein spannendes Geräusch, das ich dann irgendwann mal sonst einfangen kann. Zum Beispiel, das kann Knattern von einem Transformator sein oder irgendwo ein Geräusch von einer Zahnradbahn oder was auch immer. Also man kann auch sehr viel durch Verzerrung dann hinterher aus diesen Geräuschen rausholen. Beispiel für ein Geräusch, das ich selbst aufgenommen habe, das war für die Produktion Hinter dem Hügel. Da geht es um jemanden, der durch ein Feld und dann später durch einen Wald durchläuft. Und da habe ich ein Schrittinstrument gebaut, das ist ein MIDI-Instrument. Da kann ich auf einem Keyboard Schritte links, rechts so takten, wie ich das gerne möchte. Weil wenn man das im Schnitt macht, also einfach nur Tonschnipsel nebeneinander, kriegt man das fast nicht sauber hin. Also es ist wahnsinnig mühsam, wenn man das schneiden möchte. Das war dann so, das ist die Rohaufnahme. Da bin ich wirklich in den Wald gegangen mit dem Aufnahmegerät, also mit dem großen Blimp-Teleskop-Mikrofon. Und bin dann irgendwie durch die Brombeeren durchgewartet. Ich habe gesagt, es kann auch mal gefährlich werden. Also richtig, was Gefährliches habe ich nicht erlebt. Was mir mal passiert ist, ist, dass ich mit eben so einem Mikrofon, da ist so eine Hülle drumherum, die sieht aus wie ein großes Katzenfell, stand ich mal in einem Feld, habe da auch wieder Schritte aufgenommen. Plötzlich springt da so ein Hund von Weitem, kommt da bellend auf mich zu, was ich da mit einem anderen Hund oder mit einer Katze machen würde. Und der Besitzer konnte da, der Halter konnte den kaum zurückhalten, weil der war so durcheinander. Was macht der Typ da mit diesem fälligen Ding? Die zweite Quelle, der man sich bedienen kann, sind Sound-Datenbanken. Da gibt es einerseits gratis Sound-Datenbanken. Die sind lizenzfrei oder sie haben irgendeine Creative Commons Lizenz drauf. Die größte ist wahrscheinlich freesound.org. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Braucht aber viel Geduld. Das Spektrum von Qualität ist extrem breit. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. Und die Sternchenbewertungen helfen meistens. Also man findet zu fast allen Themen irgendwo ein Geräusch, wenn es nicht zu spezifisch ist. Und freesound lohnt sich immer mal, mal wieder reinzuschauen. Die zweite Quelle, das ist ein bisschen Geheimtipp, sind Gratis-Samples. Wenn man den richtigen Firmen auf Twitter folgt oder auf Facebook, gibt es immer wieder ein, zweimal im Jahr irgendwo eine Aktion. Da verteilen sie Samples aus ihren großen Datenbanken. Die kann man dann nachher lizenzfrei benutzen. Also es sind dann irgendwie vielleicht so Pakete von fünf Geräuschen zum Thema Wasser, fünf Geräusche zum Thema, ich weiß auch nicht, Monsterschreie oder so. Und was einem da interessiert. Und die kann man einfach übers Jahr sammeln. Also da muss man einfach dranbleiben und halt schauen, was hat jetzt irgendwie Sonis zum Beispiel wieder mal rausgebracht. Also da gibt es eine ganze Reihe von Datenbankanbietern. Dann gibt es sehr viele kommerzielle Produkte, die man kaufen kann. Das kann sich lohnen, dass man mal ein kleines Paket oder so kauft, wenn man halt wirklich jetzt nicht dieses Geräusch des Rennwagens oder was auch immer, das man da haben möchte, wenn man das gerne möchte, ist teuer. Lohnt sich, wenn man es wirklich sehr oft macht, eher, dass man eine größere Sammlung dann kauft. Aber das kann dann wirklich ins Geld gehen. Deswegen, Freesound, also gerade bei so nicht kommerziellen Produktionen lohnt es sich eigentlich mehr ins Freesound reinzugehen. Und Lizenz nicht missachten, also am besten CC0, das ist gemeinfrei oder hat Creative Commons mit nicht kommerziell oder Sharealike oder so, dass man halt schaut, da muss man halt sehen, muss man die Leute benennen, die diese Geräusche aufgenommen haben, muss man zurücklinken. Wenn das hunderte von Geräuschen sind, dann ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man das in Podcast-Produktionen reinnimmt. Und ja, also beachte da mal, was es gibt. Die Leute geben sich sehr viel Mühe, diese Geräusche auch einzustellen. Und die dritte Möglichkeit, wie man zu Geräuschen kommen kann, ist, sie selbst zusammenzubauen, aus anderen Geräuschen oder sie zu synthetisieren. Also wenn man ein bisschen weiß, wie man mit einem Synthesizer, sei das analog oder digital, umgehen kann, kann man auch Geräusche gerade im Science-Fiction-Bereich auch zusammenbauen. Zum Beispiel habe ich für die Produktion Pyjama, da ging es darum, dass einer der Protagonisten eigentlich ein ganz anderes Zeitgefühl hat. Da passiert sehr viel verzerrt und da habe ich zum Beispiel eine Glasflasche genommen und die durch einen starken Filter und Verlangsamer durchgenommen. Das klingt dann so. Und sehr viel Hall draufgelegt. Und das gibt dann so eine Soundscape, die ich dann angesetzt habe. Die Aufnahme habe ich, das war eine Freesound-Aufnahme, die ich dann durch, was war das? Weiß nicht mehr, das ist ein Native Instruments VST, wo man diese Verzerrung vornehmen kann. Die Außenaufnahmen, die mache ich mit einem... ... Ich habe nichts gemacht. Und das andere ist ein Rode, ein Stereo-Mikrofon. NT2, glaube ich. Ja, Kondensator. Also für Geräusche, ja, für Geräusche Kondensator auf jeden Fall. Außer er möchte halt wirklich was mit einem Richtmikrofon irgendwo aufnehmen oder so. Ja, habe ich, also ich habe keinen großen Membran. Dann ist es eigentlich kleiner. Man kann sich aber auch ein Geräusch zusammenbauen aus verschiedenen Geräuschen. Also gerade, wenn es ein bisschen was Komplexeres sein soll. Meine wahrscheinlich komplexeste... Mein komplexestes Sounddesign war die japanische Game Show für eines der Intros in Puerto Partida. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Das besteht, glaube ich, aus 20 verschiedenen Geräuschen. Also es ging darum, ein Kandidat kommt in eine japanische Game Show und dafür geschieht allerlei Verrücktes. Er kriegt dann ein Zitronenkostüm angezogen und wird aus einem irgendwo rausgeschossen und so weiter. Und das klang dann am Schluss so. Das ist ja ein alter Godzilla-Film, den ich da auseinandergeschnitten habe, wo irgendwie Soldaten miteinander sprechen. Ja, hat mich zwei Abende gekostet. Ja, also verschiedene Quellen. Man muss halt schauen, wo man sie herbekommt. Also die sechste Einsicht... Sei ein akustischer Konditor. Also Geräusche entstehen in Schichten. Das hat man hier auch gemerkt. Das sind wirklich verschiedene Schichten. Meistens fange ich mit den zentralen Geräuschen an, also mit den Action-Sounds, die so die zentralen Elemente darstellen. Und baue dann die Nebengeräusche dazu. Also irgendwie gibt es dann... Eigentlich würde ich mit den Kirschen obendrauf anfangen und dann unten dran die Schichten der Torte dann zusammenbauen. Also gerade Atmosphäre oder Hall oder was auch immer das dann da noch dazwischen kommt. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch hier mal zeigen anhand von 23 Schritten, wie ich für den Kohlepot... Irgendjemand hatte den Vorschlag gemacht. Ich glaube, das war einer der Sauerschwestern, dass man für den Kohlepot... Kennt ihr den Kohlepot-Podcast? Also es geht ja um... Du warst schon drin. Okay, also es geht um die Geschichte des Kohlebaus und das ist ein Podcast, der rückwärts abläuft. Also das heißt, es gibt 52 Folgen und dann 51, 50 und so weiter. Und die Nullnummer ist dann die letzte Folge. Und die Idee war, da könnte man doch ein Outro dafür machen. Also so eine kleine Soundkulisse für das Outro für die letzte Folge. Und dafür haben wir jetzt heute Morgen, ich weiß nicht, wie man noch im Raum war, wo wir alle gesagt haben, Schicht im Schacht. Das habe ich jetzt hier zusammengebaut. Und zwar habe ich mir überlegt, also wir haben eigentlich drei Szenen. Das erste ist, wir sind unten in diesem Schacht, da wird gehämmert und gebohrt und so weiter. Es ist laut und dann werden die Geräte abgeschaltet. Die Leute laufen zu diesem Käfiglift, fahren dann mit dem hoch und sind dann oben und dann ist der letzte Arbeitstag dort in dem Kohlebergwerk vorbei. Dann fange ich mal an mit einer ersten Atmo, die da unten stattfindet. Das ist einfach so ein Grummeln. Das glaube ich aus einer Industrie-Atmo-Kollektion habe ich die rausgenommen. Da habe ich dann eine zweite Atmo drüber gelegt. Immer noch die erste und die zweite ist jetzt oben drauf. Das ist jetzt eher so aus einem Produktionsbetrieb. Also da passiert ziemlich viel, da sind ziemlich viele Leute, irgendwelche Signale, die dann da drauf sind. Und noch eine dritte. Ich weiß nicht, ob man jetzt die dritte gut hört. Das hat jedenfalls... So, was haben wir noch da drin? Wenn man sich vorstellt, was in diesem Raum drin ist, das sind wahrscheinlich noch Maschinen, Generatoren. Also habe ich einen Generator dazu genommen. Dann haben wir einen Hammer. Irgendjemand hämmert da. Presslufthammer hat es auch noch. Dann werden die ganzen Geräte dann irgendwie hingelegt und es bleibt eigentlich nur noch die Grundatmo übrig. Hier noch was. Und dann laufen die Leute rüber zum Lift. Irgendwann sind sie da mal beim Lift angelangt. Und da geht es darum, die Tür aufzumachen. Und so eine Gittertür, die hat ein eigenes Geräusch. Und das muss sich auch aus verschiedenen zusammenbauen. Da haben wir einerseits so ein Gitter, das sich bewegt. Nochmal. Und dann haben wir noch eine Gitter und ein zweites Türgeräusch. So eine Industrietür. Also damit wäre die Tür mal offen. Jetzt haben wir die Geräusche, also die Schritte. Tür mal drin und jetzt laufen sie rein. Wird die Tür noch zugemacht? Moment schon. Jetzt sind sie drin. Jetzt brauchen wir hier noch den sogenannten Anschläger. Das ist dieses Geräusch, das im Lift zwischen den, also ein Signal, das abgegeben wird. Das kannst du vielleicht besser erklären. Was passiert jetzt mit diesem Lift? Fährt der jetzt alleine? Fährt der mit Leuten drin? Muss man da irgendwas beachten? Und das sind so Glockenschläge. Also die Tür geht auf. Das Ganze ist jetzt also so mal. Jetzt wäre mal die untere Szene. Also da ist jetzt die Atmo drunter. Die war vorher nicht da. Okay. Was jetzt noch fehlt, ist der Hall. Also eigentlich die ganzen Schritte und so weiter, die klingen viel zu trocken. Also man fühlt nicht wirklich, dass man da in einem Tunnel oder so drin ist. Jetzt habe ich das hier mal mit Hall aufbereitet, ohne die Atmo dahinter. Ich höre dir das Hämmern ein bisschen mehr Hall. Die Schritte sind jetzt, klingt jetzt ein bisschen tiefer. Wir kommen in den Lift rein und im Lift verändert sich die Umgebung. Also der Lift-Hall ist anders als der Hall in diesem Außenbereich. Müsst ihr mal achten, was passiert, wenn die Tür zugeht. Also da geht jetzt dieser Anschläger durch den Filter durch, der sehr viele Frequenzen rausnimmt. Weil es ist durch eine Tür durch. So, jetzt haben wir eigentlich die erste Szene durch. Jetzt fährt der Lift los. Jetzt hatte ich das Glück, oder ich weiß nicht, das Pech, dass ich mal in einem Lift in Kiew fahren durfte. Ja, das war kein besonders schönes Erlebnis. Aber ich habe da mein Mikrofon dabei gehabt und das klang dann so. Ich merke jetzt gerade, da habe ich noch was dazu gemischt, aber es klang sehr ähnlich. Also das ist der Kiew-Lift und noch zwei Ratter-Geräusche. Genau, das war der Originallift. Also wir haben das Lift-Geräusch. Jetzt geht der Lift hoch und die Tür geht auf. Tür geht oben auf. Wir brauchen noch ein bisschen Gittergeräusch. Und ein paar Schritte. Jetzt die Leute laufen raus. Und jetzt machen wir da noch ein bisschen Atmosphäre darunter und einen Anschläger, der dann irgendwie sagt, okay, jetzt ist der Lift oben. Ich habe das nachgeschaut, da muss man eigentlich dreimal anschlagen. Irgendwie Ost-West-Deutschland war das unterschiedlich. Und dann haben wir da die Aufnahme von heute Morgen. Jetzt sind wir fast durch. Hey Kumpel, jetzt ist aber endgültig. Schicht im Schaft! Das ist die Aufnahme, die wir heute Morgen gemacht haben. Und jetzt führen wir das alles noch zusammen und dann haben wir unser Auto für den Kohle-Pot gemacht. Das ist die Aufnahme, die wir heute Morgen sehen. Hey Kumpel, jetzt ist aber endgültig Schicht im Schacht Und das war's Vielleicht so ein paar abschließende Worte Ich finde Sounddesign ist ein tolles Hobby Man muss ein bisschen reinwachsen Also man muss sehr viel lernen Und immer wieder ausprobieren Und das Gemeine dabei ist, dass man Dass das, was man im Kopf hat Meistens nicht das nicht so klingt Wie das, was aus dem Kopfhörer rauskommt Und über diese Hürde Muss man eben drüber Man muss es immer wieder machen Man muss es immer wieder anderen Leuten zeigen Vorspielen, Feedback einholen Und mit der Zeit merkt man plötzlich Dass man da besser wird Also deswegen dranbleiben Wer sich für Geräusche interessiert Ich mache auf meinem Podcast Auf dem Holzweg ab und zu mal Ein Soundexploder Da nehme ich ein Geräusch oder auch mal ein Musikstück auseinander In die einzelnen Bestandteile So wie ich das jetzt gerade gemacht habe Und ja Hört die Geschichtenkapsel Da kommen viele Geräusche drin vor Und ja Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit Hätten sogar noch Zeit für Fragen Ja Ah ja Welches nehme ich Das Orange Ist aber nicht an Wo? Na hier unten? Ah da unten Warte mal hier unten Ja ist gut Test, Test Meine Frage ist Wie Es gibt ja eine Kluft dazwischen Oder einen Unterschied dazwischen Wie wir selber Geräusche hören So wie sie in echt sind Und dann Wie wir sie in einem Hörspiel nachbauen können Ja Was ist deine Erfahrung Wie groß dieser Unterschied sein darf Bis es sich überhaupt nicht mehr authentisch anfühlt Also anhört Ich hatte jetzt zum Beispiel bei dem Was du vorgespielt hast Das hörte sich eher an Als wenn die durch Papier laufen Ja Und ich hab mich dann gefragt Ob du an der Stelle Dein Brombeer Dings Also wie du durch die Brombeeren gelaufen bist Genommen hast Aber wenn man über Steinen läuft Da ist ja ein Unterschied Ja Also wie Ich frage es so ein bisschen Wie Wie viel kann man verschmerzen Weißt du was ich meine? Ja ich glaube ich weiß was du meinst Also gerade wenn man so in Kinderproduktionen reinhört Oder auch ein bisschen billigere Produktionen Die haben meistens gar keine Atmo Die haben meistens einfach nur so ein zwei Geräusche Die Katze die miaut Oder irgendwas das runterfällt oder so Und trotzdem funktioniert es irgendwie Man merkt es halt wenn man genauer hinhört Man ist eigentlich nicht in dem Raum drin Sondern es ist einfach nur irgendwie Ein bisschen illustriert Also skizzenhaft Ich glaube Wenn man die Wenn man die Atmo und den Raum halt richtig hinbekommt Dann ist schon sehr sehr viel getan Und Das kann hier Dass jetzt das nicht so realistisch geklungen hat Du hast gesagt wie durch Papier Das liegt wahrscheinlich an der Lautstärke Also vieles hat damit zu tun Dass vielleicht die Geräusche viel zu laut sind Weil es auch den Hall Das Hallgeräusch Man nimmt das nicht so deutlich wahr Das wäre ja dann extrem belebter Bahnhof Zum Beispiel So in der Lautstärke Wie wir es gehört haben Also deswegen vielleicht lieber ein bisschen runterpegeln Aber ich glaube das kann recht viel verschmerzen Es kommt halt auf den Qualitätsanspruch an Den man meistens an sich selbst hat Und weniger den die Hörenden dann am Schluss haben Also wenn ich Wenn ich so Sounddesigns mache Und so eine Geschichte erzähle Habe ich da das Problem Also ich höre Podcasts meist mit dem Handy Also und zwar nicht Kopfhörer Sondern einfach so lege ich auf den Küchentisch Und dann während ich abwasche oder so Stelle ich es laut Der Sound der da rauskommt Ist natürlich nicht besonders toll Aber er ist vor allen Dingen auch ganz anders Als das was ich auf dem Lautsprecher höre Auf dem guten Und nochmal ganz anders Als wenn ich es auf dem Kopfhörer höre Umgekehrt wenn ich jetzt eine Folge Von meinem Adventspodcast Befana mache Dann schneide ich das immer erst mit Kopfhörer Das hört sich super an Dann irgendwann und ich denke dann geil Und dann höre ich es irgendwie Auf dem Lautsprecher vom PC Oder dann vielleicht auch sogar So vom Smartphone Und es ist alles totaler Mischmasch Total verwaschen Und man denkt so Nichts von dem wo ich mir so viel Mühe gemacht habe Kommt noch rüber Und dann merke ich Ich muss fürs Handy viel Mit viel groberem Holz schnitzen Da muss man also so richtig Und dann werden noch sieben Ebenen Merke ich so Fünf merkt man gar nicht So Und ich frage mich Worauf soll ich denn optimieren Weil wenn ich das dann gemacht habe Dann hört es sich wiederum mit Kopfhörern Total schrottig an Und man denkt so Worauf optimierst du denn Also was sozusagen Was ist der goldene Mittelweg Wie du deinen Sound optimierst Also ich optimiere Ich schneide mit Kopfhörern Also ich habe jetzt nicht irgendwie Monitoring über Lautsprecher Und ich versuche Dass es im Kopfhörer gut klingt Ich mache jetzt nicht irgendwie Ich gehe nicht noch Und höre mir das Ganze noch Übers Handy an Ich glaube für Puerto Partida Habe ich das ab und zu mal gemacht Weil da ist das Publikum Ein bisschen Vielleicht noch ein bisschen diverser Das hört man vielleicht nicht In so einer ruhigen Umgebung Wie vielleicht ein Hörspiel Aber Ich glaube Worauf man achten muss ist Dass auf dem Handy Einfach die Bässe einfach weg sind Und dann wird es dann Sehr sehr verwaschen Also das heißt Wenn man halt irgendwie Wirklich was mit Mit tiefer Atme oder so macht Das kannst du vergessen Auf dem Handy Das funktioniert gar nicht Und ich glaube so Mein Pegel wäre wahrscheinlich Wie hört sich das in einem Auto an Also das ist Da haben wir ein bisschen Bass Wir haben so ein bisschen Komischen dumpfen Ton Aber So das wäre für mich das Wenn ich wirklich die Zeit hätte Das für alle Für alle Kanäle zu optimieren Dann würde ich wahrscheinlich Auf dem Auto Innenraum Optimieren Dort gibt es ja Ja genau Da gibt es auch Glaube ich Ganze Plugins Die dir helfen Wie klingt was Und wo fallen welche Frequenzen weg Habe ich allerdings noch nie verwendet Ja genau Weil da hast du natürlich Noch ein viel größeres Frequenzspektrum Also das Du hast ja vor allem Den hörbaren Also sprach Den Sprachbereich Den In Hörspielen hast Und dann ab und zu Mal noch ein bisschen was Aus der Geräuschecke Und gerade eben die beste Sind dann halt Und das Problem Ich habe mal Ein Problem Gehabt Oder etwas erlebt Was mich ganz doll Erstaunt hat Und zwar war ich Im Petersdom Zu einer Kardinal 2 Oben auf der Galerie Mehr oder weniger Zufällig Ich hatte eine Kamera Mit Mikrofon dabei Und habe das Aufgenommen Und der Petersdom Ist als Gebäude So groß Dass der Schall Eine halbe Sekunde braucht Bis er dich erreicht hat Nachdem die irgendwas Gemacht haben Eine Glocke geschlagen Oder Angefangen zu singen Du siehst die Leute Da im Chor singen Und hörst nichts Und später habe ich Versucht das so Übereinander zu bringen Indem ich Bild und Ton Getrennt habe Und das ist nur Murks geworden Also das Habe ich überhaupt Nicht realistisch hinbekommen Und Im Moment Ich wohne an einem Bahnhof Mit 13 Gleisen Da ist sehr viel Überholverkehr Durch die Züge Die Da fahren Züge Langsam durch den Bahnhof Ja Ist weg Ist jetzt wieder Ja Und Genau Die machen je nach Das kann gut sein Also gerade das mit der Akustik In den Kirchen Oder so Ja Das erinnert mich halt dran Live Folgen zu schneien Ist der absolute Horror Das ist Das ist so schwer Da hast du irgendwie 15 Spuren Ich weiß natürlich Dass ich die Die CCC Folge Von Puerto Partita Damals geschnitten habe Ähm Da hat man irgendwie Die 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 Reaktion Der Des Publikums Man hat die Geräusche Die eingespielt werden Die vielleicht zum falschen Zeitpunkt eingespielt werden Und dann versucht man Das zu verschieben Und alles Ist dann irgendwie Am falschen Platz Also Live Folgen zu schneien Möchte ich niemanden wünschen Das ist echt Das ist echt schwer Bauen ist wahrscheinlich Viel einfacher Also alles Alles neu aufbauen Ist wahrscheinlich Viel einfacher Klar Aber dann hast du halt Die Live Atmosphäre Ja Genau